Ja, ich bin wieder hier mal hier bei Animal Crossing bzw. hier beim Team Markus Kanal. Hier sind schon jede Menge Videos, Animal Crossing eben. Mein letztes Video hier, Animal Crossing, was ich jetzt gerade online gestellt habe, hier ist mir aufgefallen, hier habe ich einen Fehler. Ich habe hier, das Bild steht am Kopf, das erste ist ja alles richtig gegangen, das Video, doch hier habe ich einen Fehler gemacht. Beim Zusammenschneiden, was habe ich jetzt gedrückt? Okay. Beim Zusammenschneiden, bleh, steht hier das Bild am Kopf. Beim Teppich kaufen, gut, das kann einmal passieren, das lasse ich jetzt so mal, ist jetzt halt eine Panne hier beim Video, aber es ist nicht so schlimm. Ja, ich habe jede Menge andere Videos jetzt auch auf meinem Kanal schon, 24 Aufrufe beim Trail, hier, Trail Rising, das ist ein Motorrad-Spiel. Es ladet, jetzt sieht man, sieht man das? Ich wollte eigentlich noch kurz zeigen. Ja genau, hier, Trail Racing, ein Motorrad-Spiel hier mit dem Motorrad. Eine coole Sache, werde ich sicherlich noch öfter spielen, werden wir noch öfter sehen hier am Kanal. So, abbrechen. Ja, hier gibt es einige Videos schon, noch nicht so viele Aufrufe, drei Aufrufe bei Animal Crossing, Schwimmen, ein Aufruf bei Crossing Animal hier. Die meisten Aufrufe sind hier beim Trail Racing, 24 Aufrufe. Sollen wir schauen, ob sich das hier auch ändert, im neuen Kanal, Team Markus' Kanal. Ich hoffe, dass sich hier auch bald ändert, dass sich hier bald mehr Publikum, ich habe auch erst einen Abonnenten und das bin ich selbst. Ich freue mich über jedes Abo, also abonniert den neuen Kanal, Team Markus. Bis dann, gut, tschüss, nicht vergessen, Abo, tschüss, Daumen nach oben. Und dann, gut, tschüss.